So Freunde, ja, willkommen bei einem neuen Video auf diesem Kanal. Ich wollte euch eigentlich nur mal kurz informieren, dass ich morgen an der Schulter operiert werde. Das sieht so lustig aus, das ist unglaublich. Scheiße, diese ganzen Filter, die sind echt cool. Ich mag die, ich mag die echt sehr gerne. Meine Haare sehen irgendwie ein bisschen komisch aus. Ja, sehen echt ein bisschen merkwürdig aus. Ja, zurück zum Thema. Ja, morgen Montag, 26.06. werde ich an der Schulter operiert. Ich weiß nicht, ob das Video noch heute am Sonntag hochkommt, also hoch online kommt. Oder entweder eventuell morgen früh, das weiß ich noch nicht. Aber ich wollte euch auf jeden Fall darüber informieren, dass in den nächsten Tagen und geschweigenden Wochen, ja, höchstwahrscheinlich weniger Videos kommen. Ich habe zwar sehr, sehr viel vorproduziert und auch es werden die nächsten Tage auf jeden Fall auch mal neue Videos kommen. Aber ich weiß halt nicht, wie viele und ich werde wahrscheinlich auch nicht so genau und so schnell immer auf die Kommentare eingehen können. Also, bitte nicht erschrecken. Wo waren wir gerade stehen geblieben? Auf jeden Fall ist die Aufnahme irgendwie, keine Ahnung, hat gestoppt. Ja, morgen werde ich an der Schulter operiert und dementsprechend werde ich in den nächsten Tagen weniger Videos bringen. Deswegen, ich hoffe, ihr habt da Verständnis für. Das wäre super nett von euch. Ansonsten, könnt ihr ja mal, genau, das fällt mir gerade so spontan ein. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, mit welchem Handy ich dieses wunderschöne Video aufgenommen habe. Das wäre echt cool. Ich bin mal gespannt, ob irgendjemand das Handy errät. Da bin ich wirklich gespannt drüber. Aber ansonsten wünsche ich euch eine wunderschöne Woche, schöne Ferien. Ich denke mal, viele haben schon Ferien. Aber nein, ich muss auf jeden Fall erstmal operiert werden und dementsprechend, ja, muss ich mich erstmal kurieren, bis das alles wieder in Ordnung ist. Ist mal auch wieder mal ein ganz anderes Video. Aber ich habe echt überlegt, ob nicht irgendwie mal wieder, ja, mehr von sowas kommen sollte. Beziehungsweise, ich fange, glaube ich, nach meiner Genesung damit an, dass wir mal auf jeden Fall mal so tolle Videos machen können. Und öfter mal richtig lustige Videos, ja. Vielleicht nicht immer dieses stumpfe Let's Play 10, 20, 15 Watt. Man kann irgendwie nur mit der App eine Minute lang aufnehmen, ja. Das ist jetzt ein bisschen merkwürdig. Meine Haare sehen immer noch blöd aus. Aber so ist das irgendwie, wenn man, ja, so quasi aus der Dusche kommt und dann morgens die Haare nicht macht. So sehen wir dann auf jeden Fall aus. Apropos, ich muss trotzdem auch zum Friseur. Oh Mann, man kann nur eine Minute aufnehmen mit dieser blöden App. Was fehlt denn noch, was fehlt denn noch, Leute? Ich glaube, ich habe alles gesagt. Ich werde mich so auf jeden Fall zurückmelden, sobald ich, vielleicht mache ich ja nochmal ein Video im Krankenhaus, keine Ahnung. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Ansonsten halt die Ohren steif, nicht verzagen, nicht weinen, nicht deabonnieren. Falls ihr irgendwie denkt, okay, der macht jetzt eh nie wieder was. Das wäre ganz gut von euch. Ansonsten war es das für dieses Video. Ja, das war es. Ich wünsche euch weiß und ich wünsche mir selber morgen eine tolle OP. 6.30 Uhr. Ja, da schlaft ihr noch wahrscheinlich. Naja, gut. Ja, bis zum nächsten Mal, Freunde. Bis dann. Zu Risiken und Nebenwirkungen auf diesem Kanal, lesen Sie die Videobeschreibung und fragen Sie Jopik oder Cortana.